Man darf jetzt hier nicht in einem simplen biologischen Determinismus denken. Also wie gesagt, bei Ratten, da können sie Testosteron spritzen und dann werden die aggressiver zum Beispiel oder entwickeln einen direkten und stärkeren Sexualtrieb. So simpel sind Menschen nicht. Also die Effekte sind da und die sind nachweisbar. Aber das ist jetzt nicht so, dass Menschen, weder Männer noch Frauen, komplett hormongetriebene Wesen sind. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Prof. Dr. Lars Penke zu Gast. Lars Penke ist Professor für Biologische Persönlichkeitspsychologie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Lieber Herr Penke, vielen Dank für die Einladung hier nach Göttingen. Was ich so im Vorfeld gehört habe, eine schöne alte Universitätsstadt, oder? Ja, tatsächlich. Und auch das zweitälteste Psychologie-Institut der Welt. Der Welt sogar? Der Welt, ja. Wann wurde es errichtet quasi? Ganz Anfang des 19. Jahrhunderts, gleich nach Leipzig, das zweitälteste der Welt. Ich hatte es ja im Intro schon auch erwähnt, Biologische Persönlichkeitspsychologie. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, als ich nach Ihnen gesucht hatte oder auf Sie aufmerksam geworden ist. Ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden mir bestätigen, was ist das denn eigentlich? Können Sie das mal kurz in ein paar wenigen Sätzen für uns erklären? Naja, Persönlichkeitspsychologie ist ein Kernbereich der Psychologie. Da geht es einfach darum, wie wir uns unterscheiden, wie Menschen sich unterscheiden in ihrem Erleben und Verhalten. Und wenn wir das untersuchen, dann wollen wir das einerseits beschreiben oder auch benutzen, um damit irgendwas vorherzusagen. Aber andererseits wollen wir es natürlich auch erklären. Und ich bin Grundlagenforscher. Ich möchte verstehen, warum Menschen unterschiedlich sind. Und das hat natürlich viele Ursachen. Aber alles am Menschen, wir sind biologische Lebewesen, hat auch mitbiologische Grundlagen. Und diese biologischen Grundlagen von Unterschieden, die probieren wir zu verstehen. Und das hat was mit Genen und mit Gehirnen zu tun. Das hat was mit Hormonen zu tun. Man kann sich auch Fragen zur evolutionären Grundlagen von Unterschieden zum Beispiel stellen. Dann lassen Sie uns doch mal da in die Tiefe gehen, Herr Penke. Denn wir wollen ja heute uns vermehrt um die männlichen Hormone beschäftigen. Um auch vielleicht den männlichen Zyklus. Vielleicht kann man ja diesen Begriff erwähnen. Wir hatten schon eine Podcast-Folge zum weiblichen Zyklus. Da haben wir auch in der Einleitung gesagt, dass wir Menschen grundsätzlich alle dem Schlaf-Wach-Rhythmus unterliegen. Also den Hormonen Melatonin, Serotonin und Cortisol. Das ist bei allen Menschen so. Aber Frauen und Männer, also Menschen mit Gebärmutter geboren und die anderen Menschen, die haben unterschiedliche Hormone beziehungsweise die sind unterschiedlich ausgeprägt. Lassen Sie uns deswegen mal auf die Männer schauen. Können wir von so einem männlichen Zyklus sprechen? Und welche Hormone sind für uns jetzt Männer da so relevant? Naja, also die meisten Hormone kommen, wie Sie schon richtig sagen, bei beiden Geschlechtern in ungefähr gleichem Maße vor. Aber es gibt halt bestimmte Hormone, die zwischen den Geschlechtern sehr unterschiedlich vorkommen. Bei den Frauen eher die Gestagene wie Progesteron und die Östrogene wie Östradiol. Das sind die, die halt mit dem Zyklus zum Beispiel auch zusammenhängen. Also mit dem weiblichen Menstruationszyklus. Bei Männern sind es eher die Androgene, wie zum Beispiel das Testosteron, was stärker ausgeprägt ist und was halt in der Natur generell auch eher für eine maskuline, für eine in die männliche Richtung ausgeprägte Entwicklung und allen Verhaltenstendenzen, die damit zusammenhängen, zuständig ist. Also das erstmal so als Grundlage. Die Geschlechter unterscheiden sich halt darin, wie stark sie bestimmte Hormone ausprägen. Und Sie haben das eben schon relativ differenziert beantwortet. Also es hängt letztendlich damit zusammen, ob Individuen Hoden oder eine Gebärmutter haben und dementsprechend mehr von bestimmten Hormonen produzieren, was in der Entwicklung recht früh angelegt ist und in erster Linie halt mit dem chromosomalen Geschlecht zusammenhängt. Also das erstmal so als Grundlage. Von den Androgenen ist es vor allen Dingen das Testosteron, was sehr variiert und was auch verhaltenswirksam ist und was deswegen auch in der Forschung und gerade in der psychologisch orientierten oder verhaltensorientierten Forschung einen sehr starken Schwerpunkt hat. Naja und Testosteron unterliegt tatsächlich auch gewissen Zyklen. Es gibt nicht einen monatlichen Zyklus, wie halt beim weiblichen Menstruationszyklus, sondern es gibt eher einen saisonalen Zyklus. Das heißt, das ändert sich so ein bisschen übers Jahr. Es gibt einen täglichen Zyklus. Es ändert sich so ein bisschen mit der Tageszeit. Und es gibt generell eine pulsatile Ausschüttung. Das heißt, es wird nicht gleichermaßen die ganze Zeit produziert, sondern hat eher so einen 60 bis 90 Minuten Zyklus. Und dann kommt immer so pulsartig eine Testosteronausschüttung in den Körper. Wir sprechen gleich vielleicht darüber, welche Situation auch Testosteron begünstigt. Sie haben ja jetzt schon angesprochen, es gibt einen täglichen Zyklus. Können Sie vielleicht den Zuhörer und Zuhörern kurz diesen Verlauf kurz wiedergeben? Also ist morgens der Testosteronspiegel relativ hoch oder niedrig und wie verläuft er sich dann über den Tag? Ja, also tatsächlich ist der Testosteronspiegel morgens am höchsten und senkt sich dann über den Tag ab. Einfach durch den normalen Alltag, durch soziale Situationen. Und da kommt halt mit rein, was wir gleich sicherlich noch ansprechen werden, dass Testosteron ein sehr reaktives Hormon ist. Dass das also auf soziale Situationen reagiert oder überhaupt auf Situationen und Zustände des Körpers. Und das baut den Testosteronspiegel so über den Tag so ein bisschen ab. Bei manchen stärker, bei manchen schwächer. Lässt dann aber auch mehr Freiraum für Variationen. Das heißt also im Nachmittag zum Beispiel kann der Testosteronspiegel deutlicher ansteigen aufgrund von bestimmten Umständen, als das morgens kann. Weil er morgens schon relativ am hohen Niveau, an dem individuell hohen Niveau ist. Und über den Schlaf regeneriert er sich dann halt auch wieder. Und dann wacht man morgens halt wieder mit einem höheren Testosteronspiegel auf. Durch die Folge zum weiblichen Zyklus ist mir klar geworden, dass Frauen, Sie haben ja eben schon die richtige Definition gemacht, um es kürzer zu halten, benutze ich jetzt Frau und Mann. Und hoffe, dass da sich keine Menschen ausgeschlossen fühlen. Dass Frauen, und manchmal liest man es ja auch in den Medien, sehr hormongesteuert sind quasi. Würden Sie sagen, das trifft dann auch auf uns zu, jetzt was das Testosteron angeht, dass wir auch hormongesteuert sind in manchen Situationen? Ja, das ist tatsächlich ein altes Klischee, was sich leider auch in der Forschung bis zum gewissen Grad verbreitet hat. Dass man davon ausgeht, dass weibliches Verhalten weniger konstant ist, weil dann eben der Zyklus da Effekte drauf hat. Und ja, wie gesagt, diesen monatlichen Zyklus hat man nicht. Und wenn man bei Studien dann eben sagen will, an dem Tag testen wir, dann ist je nach Fragestellung das tatsächlich nicht ganz irrelevant, wo eine Frau sich gerade in ihrem Menstruationszyklus befindet. Aber in anderer Weise sind tatsächlich Männer genauso hormongesteuert und Testosteron hat deutliche Verhaltenseffekte. Teilweise sind die Befunde dazu tatsächlich robuster als zu den über den Menstruationszyklus variierenden Hormonen. Sodass es also letztendlich eher ein Klischee ist und wo man auch aufpassen muss, dass das nicht aus alten sexistischen Standards zum Teil kommt. Welche Klischees sind denn das und welche Vorurteile können wir denn hier jetzt mal in dieser Folge aufräumen? Und wir gehen dann gleich auf das Verhalten ein, wie Testosteron uns beeinflusst. Aber kommt Ihnen da gerade was in den Kopf, wo Sie sagen, das ist so ein Klischee, man weiß ja über Testosteron oder man liest es immer, Aggressivität, Sexualität, da kommen ja ganz viele Begriffe sofort auf. Gibt es da so ein Vorurteil, so ein Klischee, was wir jetzt hier widerlegen können, wissenschaftlich? Ja, also ganz simpel gesagt wird oft davon ausgegangen, dass Testosteron einfach direkt aggressiv macht. Und das ist so simpel nicht. Also es gibt kleine Effekte, die man auch in großen Studien, in Meta-Analysen findet. Aber tatsächlich ist es nicht so simpel, dass einfach ein höherer Testosteronspiegel ganz direkt aggressiver macht. Das kann man bei anderen Spezies teilweise, also wenn Sie einer Maus zum Beispiel eine hohe Dosis Testosteron spritzen, dann wird die in der Regel aggressiver. Aber bei der menschlichen Verhaltenssteuerung, die läuft sehr viel komplexer ab. Generell kann man sagen, Hormone wie auch Testosteron erhöhen die Wahrscheinlichkeit zu bestimmten Verhalten oder dass man eine Situation in einer gewissen Weise interpretiert. Also wir reden da von Prädisposition, also es löst nicht direkt Verhalten aus, aber es macht gewisse Verhaltenstendenzen gegeben der entsprechenden Bedingungen, sozialen Bedingungen zum Beispiel wahrscheinlicher. Würden Sie da einer These zustimmen? Ich hatte das irgendwie im Vorfeld gelesen, als es um Studien ging, die an Affen und Menschen durchgeführt worden sind, dass Testosteron Systeme einfach lauter machen, die eh schon da sind. Würden Sie dieser These dann zustimmen? Kann man das jetzt so vereinfacht einem Nichtwissenschaftler so ein bisschen erklären? Ja, Systeme lauter macht, ist natürlich so ein bisschen metaphorisch gesprochen. Also Hormone können zum Beispiel beeinflussen, wie wir Sachen wahrnehmen, dass wir bestimmte Sachen, dass bestimmte Sachen uns mehr in die Aufmerksamkeit geraten, dass wir bestimmte Sachen einfach mehr aufnehmen, wie wir Sachen interpretieren. Sie können bestimmte Verhaltenstendenzen naheliegender machen. Das ist ähnlich wie mit Emotionen so ein bisschen. Also wenn ich sehr ängstlich bin, dann werde ich nicht so leicht jetzt auf Leute zugehen oder mich einfach mutig verhalten, während wenn ich ärgerlich bin, dann ist es naheliegender für mich jetzt auch mal jemanden anzuschreien oder jemanden harsch anzugehen. Und ähnlich wie Emotionen das mit uns machen, machen auch Hormone das mit uns, dass sie uns praktisch in so einen bestimmten Modus versetzen, der bestimmte Verhaltenstendenzen für uns leichter macht oder naheliegender macht als andere. Jetzt interessiert mich und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie jetzt wirklich Testosteron uns beeinflusst in verschiedenen Situationen. Wir hatten es auch im Vorgespräch schon, wir wollen hier einmal kurz festhalten, wir gehen jetzt nicht auf die biologische Seite, weil natürlich Testosteron führt natürlich dazu, dass Haare wachsen, dass Muskeln aufgebaut werden und und und. Das ist heute nicht Thema, sondern wir wollen wirklich uns mal anschauen, wie das Denken, das Verhalten, die Persönlichkeit dadurch geprägt wird. Mögen Sie mal, Sie forschen ja relativ viel dazu und haben wahrscheinlich auch andere Studien ja viel gelesen. Wie beeinflusst jetzt Testosteron unser Verhalten, unser Denken? Was können wir da den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben? Ja, also so die Ansatzpunkte, mit denen man sich Testosteron immer genähert hat, waren immer so diese Felder Aggressivität und Wettbewerb sozusagen. Und eine ganz simple Annahme war da früher mal, wenn man Wettbewerbe gewinnt, dann steigt der Testosteronspiegel. Wenn man Wettbewerbe verliert, dann sinkt der Testosteronspiegel. So hat man sich das ganz simpel früher mal vorgestellt. Und ein bisschen, was ist da auch dran? Tatsächlich sorgt Testosteron dafür, dass man Situationen eher als Wettbewerbssituationen wahrnimmt und dass man dementsprechend auch anders da reingeht, also ernsthafter den Wettbewerb betreibt. Und dass man Niederlagen dann auch wirklich als Niederlagen interpretiert. Alles so ein bisschen beeinflusst auch von der eigenen Persönlichkeit. Also wenn ich sowieso ein relativ dominanter oder machtorientierter Mensch bin oder jemand bin, der sehr impulsiv ist zum Beispiel, dann neige ich eher dazu, eine einfache Situation, wie sage ich jetzt mal Tischfußball spielen oder sowas. Das kann man freundlich tun, unter Freunden oder man kann auf jeden Fall gewinnen wollen. Und ob ich diese Situation jetzt auf die ein oder andere Weise wahrnehme, das hängt zum Teil an meiner Persönlichkeit, kann auch von meinem Testosteronspiegel beeinflusst werden. Und wenn ich das jetzt tatsächlich als Wettbewerbssituation wahrnehme, dann steigt da auch mein Testosteronspiegel, gerade in Antizipation, also vorausgehend, dass ich jetzt hier Leistung zeigen will und gewinnen will. Da steigt der Testosteronspiegel, sorgt dafür, dass ich ein anderes Verhalten zeige da, dass ich wirklich wettkampfartiger in die Situation reingehe. Und dann nehme ich es aber zum Beispiel auch schwerer, wenn ich in so einer Situation verliere. Ist das der Grund, warum Männer quasi mehr wettbewerbsorientierter sind? Also ich hatte auch ähnliche Studien mal bei Max-Planck-Institut, hatten wir auch in einer Podcast-Folge kurz, dass Männer eher quasi den Wettbewerb immer auch suchen und da in dem Sinne aggressiver sind und das suchen. Hängt das mit diesem hohen Testosteronspiegel zusammen? Weil Männer haben ja einen höheren Testosteron als Frauen, ganz biologisch betrachtet. Ist das der Grund, warum das auch so ein bisschen in der Gesellschaft ja da ist, dass die Männer da eher wettbewerbsorientierter sind, auch in der Berufswelt? Ja, diese Wettbewerbsorientierung ist tatsächlich was, was mit Testosteron zusammenhängt. Und das ist richtig. Also alles, was wir hier besprechen, ist nicht exklusiv bei Männern. Das gibt es bei Frauen auch. Aber Sie haben ganz richtig gesagt, der Testosteronspiegel bei Männern ist sehr viel höher. Der ist im Schnitt so ungefähr siebenmal höher bei Männern als bei Frauen. Das sind also massive Unterschiede. Also wenn es irgendwo biologische Geschlechtsunterschiede gibt, dann sicherlich bei diesen Hormonen. Und auch die Variation ist sehr viel größer bei Männern als bei Frauen. Das heißt also, die Schwankungen, denen wir unterliegen, die sind bei Männern massiv höher. Und auch wenn diese Effekte grundsätzlich bei Frauen auch vorzufinden sind, schlagen sie einfach bei Männern sehr viel stärker durch und sind wissenschaftlich auch einfach besser nachweisbar, weil diese Unterschiede besser messbar sind. Würden Sie dann sagen, dass wenn jetzt Männer einen Wettbewerb haben, das kann ja auf der Arbeitsseite, ich sage jetzt mal in einem Meeting, wenn man jetzt Dienstleister ist und mit anderen um einen Kunden pitcht oder so, dass es dann sinnvoller ist, das eher am Vormittag alles zu machen? Weil Sie ja gesagt haben, morgens ist der Testosteronspiegel bei den Männern am höchsten und flacht dann so über den Tag ab. Kann man sich daran so ein bisschen orientieren oder ist das jetzt zu vereinfacht von mir zusammengefasst? Das ist ein bisschen zu vereinfacht, weil es ja darum geht, dass die Situation den Testosteronspiegel erhöht über das, wie ich normalerweise so bin. Also es gibt Unterschiede zwischen Menschen, relativ stabile im durchschnittlichen Testosteronspiegel. Jetzt kann man aber nicht einfach nur den Testosteronspiegel messen und sagen, der hat einen höheren, der ist vielleicht wettbewerbsorientierter, weil es auch damit zusammenhängt, wie der Körper darauf reagiert. Die andere Seite sind die Rezeptoren, also wie viel die Zellen, auf die das Testosteron wirkt, von dem Testosteron aufnehmen und wie stark die darauf reagieren. Und das balanciert sich in der Entwicklung so ein bisschen aus. Also es ist ein Trugschluss zu sagen, ich messe einfach den Testosteronspiegel und wenn meiner jetzt höher ist als der von einer anderen Person, dann bin ich wettbewerbsorientierter. So einfach ist es nicht. Aber es geht eher tatsächlich darum, wie sehr mich Situationen aktivieren. Ob ich über mein normales Wesen, meinen normalen Zustand, wie ich so normalerweise bin, hinausgehe, wenn eine Situation das jetzt besonders verlangt. Und das kann das Werben um einen Kunden sein, das kann das Fußballspiel sein oder das kann eine Flirtsituation sein oder ähnliches. Aber was würden Sie denn jetzt zusammenfassen, um den Zuhörern und Zuhörern jetzt noch mitzugeben, welchen Einfluss hat jetzt Testosteron auf unser Verhalten? Also können wir dieses Hormon als Grund, als Einflussfaktor für bestimmte Verhaltensmuster nehmen oder ist das eigentlich, wird Testosteron viel zu groß gemacht in unserer Gesellschaft? Also zur Einordnung, man darf jetzt hier nicht in einem simplen biologischen Determinismus denken. Also wie gesagt, bei Ratten, da können sie Testosteron spritzen und dann werden die aggressiver zum Beispiel oder entwickeln einen direkten und stärkeren Sexualtrieb. So simpel sind Menschen nicht. Also die Effekte sind da und die sind nachweisbar. Aber das ist jetzt nicht so, dass Menschen, weder Männer noch Frauen, komplett hormongetriebene Wesen sind. Also das mal gleich vorweg. Aber ja, die Effekte sind da. Und wenn man das mal einordnen will, was Testosteron macht, da ist diese vergleichende Perspektive mit anderen Spezies eigentlich eine sehr relevante. Weil das Hormon ist halt evolutionär alt. Das gibt es bei allen Säugetieren und auch noch weiter zurück im Stammbaum des Lebens. Und das ist überall für die geschlechtliche Differenzierung relevant. Und das ist überall für das Paarungsverhalten relevant. Und deshalb ist es nicht falsch zu sagen, dass Testosteron zum Beispiel was mit dem sexuellen Interesse, mit sexuellem Desire, Sextrieb oder Libido sind so ein bisschen ältere Begriffe, aber die beschreiben eigentlich alle das Gleiche, dass das damit zusammenhängt. Und das merkt man auch, wenn man zum Beispiel Individuen hat, die eine Testosteronunterproduktion haben. Also zum Beispiel hypogonale Männer, die einfach zu wenig Testosteron in den Hoden produzieren. Da kann man sehr direkt durch Testosterongabe zum Beispiel den Sexualtrieb erhöhen. Und das ist wie gesagt bei anderen Spezies auch so. Aber gleichzeitig geht es halt eben mit diesem wettbewerbsorientierten und statusorientierten Verhalten zusammen. Und das hat man zunächst bei Vögeln nachgewiesen. Dann hat man es auch bei anderen Primaten wie Schimpansen nachgewiesen, dass da im Paarungsverhalten halt das Testosteron eine große Rolle spielt. Und es ist tatsächlich so, dass es ähnliche Effekte auch bei Menschen gibt. Also Männer reagieren unter Testosteroneinfluss wettbewerbsorientierter, aber insbesondere auch, wenn Frauen anwesend sind, die für sie als potenziell interessante Partnerinnen in Frage kommen. Das ist natürlich immer individuell, wie man die Personen dann sieht. Also da kann man jetzt nicht sagen, das geht nur ab einer bestimmten Altersgrenze oder Attraktivitätsgrenze oder ähnliches. Aber sobald ein Mann eine Person als potenzielle Partnerin wahrnimmt, kann die reine Anwesenheit von so einer Person den Testosteronspiegel erhöhen und dann auch dafür sorgen, dass man Situationen eher wettbewerbs- oder statusorientiert angeht. Und das ist so eine Kombination von Verhaltenstendenzen, die halt sehr, sehr homolog sind, sehr, sehr ähnlich sind mit dem, was wir aus dem Tierreich von allen möglichen Spezies kennen. Und in der Hinsicht sind Menschen einfach Säugetiere. Jetzt bin ich gespannt, was Sie jetzt aufgrund dessen jetzt zur folgenden Aussage sagen. Denn ich hatte ein Video von der, ich finde, sehr geschätzten Vera Birkenbiel. Vielleicht sagt der Name Ihnen ja auch etwas. Das habe ich auf YouTube eine Vorlesung von ihr mir angeschaut. Und dort, ich zitiere jetzt, hat sie gefragt, die Studenten und Studierenden, hat sich dann selbst die Antwort gegeben. Warum sind 80 Prozent der Lerngestörten Kinder männlich? Warum sind 80 Prozent der Stotterer männlich? Warum sind 85 Prozent der Jugendlichen Selbstmörder männlich? Warum sind 95 Prozent der hyperaktiven Kinder männlich? Das hat doch Gründe. Der Grund sind Testosteron. Zitat Ende. Das hat sie in ihrer Vorlesung so wiedergegeben. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ist das haltbar oder hat sie das jetzt da viel zu vereinfacht und völlig außer wissenschaftlicher Betrachtungsweise geäußert? Finde ich ein bisschen zu vereinfacht. Also gewisse Sachen hängen tatsächlich mit Testosteron, mit den Entwicklungseinflüssen, aber auch mit den akuten Effekten von Testosteron zusammen. Es gibt in der Literatur das sogenannte Young Male Syndrome. Wenn man sich also mal anguckt, egal in welcher Gesellschaft und egal in welcher Zeitperiode, alles, was mit übertriebenem Risikoverhalten und Gewalttaten zusammenhängt, das sind eigentlich immer junge Männer. Und das ist einerseits ein Geschlechtseffekt, hängt aber auch damit zusammen, dass die jungen Männer eben die sind, die sich auf dem Paarungsmarkt, auf dem Partnermarkt noch nicht positioniert haben. Die haben, was also die Partnerfindung angeht, Partnerinnenfindung angeht, noch viel zu erreichen und wenig zu verlieren. Und in dem Alter sorgt dann halt unter anderem das Testosteron dazu, dass junge Männer halt eben Verhalten zeigen, was ihre Chancen in dem Bereich potenziell erhöht. Sei es nun durch Status erlangen in der sozialen Gruppe oder sei es nun dadurch, Partnerinnen eventuell zu beeindrucken und so weiter. Und da kann man also gucken von sportlicher Leistungsfähigkeit über Risikoverhalten, wenn es um Drogen geht oder schnelles Autofahren oder ähnliches, bis hin zu Mord und Totschlag und so weiter. Das sind alles Tendenzen, die man insbesondere bei jungen Männern findet. Und da findet man halt eben auch Zusammenhänge mit Testosteron. Also in so einem Kontext hat das sicherlich eine gewisse Begründung, dass viele andere Sachen, die Sie da gelistet haben, von Lernstörungen über Stottern und so weiter. Das hat noch andere Aspekte mit drin. Das hat tatsächlich auch mit dem Geschlecht in einer gewissen Weise zu tun. Aber das hat unter anderem damit zu tun, dass in Säugetierspezies, dass die chromosomalen männlichen Individuen nur ein X-Chromosom haben und ein sehr kleines, mit wenig Genen besetztes Y-Chromosom. Und das führt tatsächlich dazu, dass die männliche Entwicklung im Vergleich zur weiblichen Entwicklung variabler ist. Das heißt, wir finden mehr Unterschiede bei männlichen Individuen als bei weiblichen Individuen, dass auch über alle möglichen Spezies hinweg. Und das ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad andersrum, zum Beispiel bei den Vögeln, wo nämlich die weiblichen Individuen ein großes und ein kleines Geschlechtschromosom haben. Und das führt dazu tatsächlich, dass es zum Beispiel mehr lernschwache Jungs in der Schule gibt, aber dass man auch bei den sehr lernstarken, zum Beispiel bei den Hochbegabten, auch einen Überschuss an Jungs hat. Und das zeigt einfach, dass auf dieser gesamten Bandbreite der kognitiven Leistungsfähigkeit Jungs und auch Männer variabler sind als Frauen, auch wenn sie sich im Mittel nicht unterscheiden. Also da spielen mehrere Phänomene eine Rolle und dann natürlich auch die Anforderungsprofile in der Schule zum Beispiel, ob die jetzt eher Jungs oder Mädchen ansprechen von ihren standardtemperamentalen Tendenzen her. Also das würde ich nicht auf einen Faktor wie Testosteron runterbrechen, aber einen gewissen Einfluss hat Testosteron in diesem Zusammenhang. Ich habe jetzt immer noch so ein kleines Fragezeichen, denn ich wollte mich ja mit Ihnen treffen, weil durch diese ganze Folge und Recherchieren zum weiblichen Zyklus ich da gemerkt habe, okay, es gibt da den Trend, der jetzt erst ja aufkommt in den letzten Jahrzehnten, dass man mehr zyklusorientiert arbeitet und trainiert. Also da gibt es ja auch ganz viele Studien, die das zeigen, dass Frauen, die das im Leistungssport anwenden, dass die dadurch erfolgreicher sind, aber natürlich für sich, für ihren Körper etwas Gutes tun, weil sie auf ihren Körper in dem Sinne hören. Jetzt war so meine Frage, wenn man das jetzt alles bei den Frauen so sieht, wie sieht das denn jetzt bei den Männern so aus? Also gibt es da jetzt auch Tendenzen, dass wir uns irgendwie an dem Hormon Testosteron irgendwie daran orientieren sollten, was unser Alltag angeht, also was Trainieren angeht, was das Arbeiten angeht und, und, und. Oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen, weil wir eben nicht bestimmte Hormone haben wie jetzt Frauen? Also der große Unterschied ist, dass der weibliche Menstruationszyklus ein ziemlich endogener Zyklus ist. Das heißt, der läuft ohne äußere Einflüsse ziemlich automatisch im Körper ab. Also wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir hier von irgendwie Krankheit unter Ernährung oder wie es im Leistungssport dann teilweise ist, körperlicher Überbelastung sozusagen reden. Das sind alles Sachen, die den Menstruationszyklus auch beeinflussen oder sogar verhindern können. Oder die Pille. Oder die Pille natürlich. Das ist also mit pharmakologisch, also mit Medikamenten kann man da natürlich eine ganze Menge beeinflussen. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann ist der Menstruationszyklus ein relativ abgeschirmter Mechanismus, der also ohne äußere Einflüsse abläuft und dafür dann relativ starke Effekte hat. Das ist bei Testosteron ein bisschen anders, weil wie gesagt, da gibt es so gewisse Zyklen über Jahreszeiten oder über den Tag hinweg. Die sind aber im Vergleich zu dem, was äußere Einflüsse da einwirken, relativ klein. Und deswegen macht es beim Menstruationszyklus schon Sinn, zu sagen, da reagiere ich einfach drauf, den akzeptiere ich so, wie er ist, weil da kann ich eh nicht viel dran machen und lerne dann lieber schlau damit umzugehen, indem ich mich so ein bisschen darauf einstelle. Weil man dazu sagen muss, nicht jede Frau reagiert gleich stark auf ihren Zyklus. Das ist was, was so ein bisschen oft unter den Tisch gekehrt wird. Es gibt Frauen, die merken ihren Zyklus sehr stark und für die macht es besonders viel Sinn, darauf zu reagieren. Und es gibt Frauen, die merken ihren Zyklus fast gar nicht und müssen eher nachgucken, wo sie im Zyklus stehen. Und für die macht das weniger Sinn. Also das will ich vielleicht auch an der Stelle nochmal ergänzen. Aber wir Männer, wir können uns da nicht irgendwie dran orientieren, sondern wir müssen es so nehmen. Ja, also es macht sicherlich Sinn, ein bisschen Verständnis zu sein, Zyklus zu haben. Und es hat dann eher, also man kann dann eher so ein bisschen damit umgehen, wie nehme ich Situationen wahr? Wie lasse ich Situationen an mich rankommen? Dass ich dann da dementsprechend stark darauf reagiere. Und diesen Aspekt, ob ich jetzt meine Welt als einen Kampf um Status und um die Rolle des Stärkeren sehe oder ob ich die Welt als freundlichen Ort sehe, wo ich mich darum kümmern möchte, mit allen Menschen gut umzugehen, das macht schon einen enormen Unterschied. Und wenn ich erstmal anfange, alle möglichen Situationen als Konkurrenzsituationen zu sehen, wo mir andere eventuell was wegnehmen müssen und ich ständig meine Situation verteidigen muss, dann reagiere ich auch stärker mit Testosteron auf diese Situation. Okay, aber das ist ja dann spannend. Das heißt, wenn wir Situationen im Alltag als Konkurrenz bewerten, da sind wir ja bei der Bewertung, das sind ja jetzt nicht Reize, die kommen, sondern wir bewerten es als Konkurrenz oder als Wettbewerb, dann führt es zu einer höheren Ausschüttung des Hormon-Testosteron. Das heißt, durch unsere Bewertung können wir quasi den Hormonspiegel beeinflussen. Das würde ich so sagen, ja, genau. Das ist, wie gesagt, also was ich vorhin sagte, mit dem Tischfußball oder jedes andere beliebige Ding, was man gegen andere spielt, das kann auch irgendwie Schach sein oder ähnliches. Auch beim Schach hat man im Turnierschach festgestellt, dass Turnierschachspieler mit Testosteronanstieg auf so ein anstehendes Spiel reagieren und wenn sie verlieren, den Testosteronspiegel abbauen und so weiter. Also der Testosteronspiegel absinkt. Also selbst sowas komplett Unkörperliches wie Schachspielen kann man als Wettbewerbssituation konstruieren und dann reagiert der Körper auch da drauf. Gibt es denn irgendwelche Nachteile, wenn der Testosteronspiegel zu hoch ist quasi? Also klar, das Verhalten hatten wir ja eben schon, könnte teilweise dann beeinflusst werden, dass wir vielleicht einen Ticken aggressiver werden. Aber gibt es irgendwelche anderen Auswirkungen, wenn der zu hoch ist oder immer hoch ist am Tag? Ja, das Wichtigste sind natürlich erstmal die sozialen Konsequenzen. Also wenn ich alle Situationen als Konkurrenzsituationen sehe, dann provoziere ich natürlich auch, dass sich Leute mit mir eher anlegen, weil ich das halt dann eher so angehe in der Richtung und dann kann ich natürlich auch irgendwann mal verlieren. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn ich dann irgendwie aggressiver in Situationen reingehe, dass ich auch mal Aggressionen zurückerfahre. Also deshalb schon alleine macht es nicht Sinn, dauernd aggressiv zu sein. Und das ist halt eben auch, wie in der Evolution dieser Testosteron-Mechanismus entstanden ist. Auch in anderen Spezies sehen wir, dass die Männchen nur dann in den Paarungssituationen, wo der Statuswettbewerb jetzt also wirklich Konsequenzen für die Fortpflanzung hat, so reagieren und in anderen Situationen halt extrem den Testosteron-Spiegel runterfahren. Und so ähnlich ist das bei uns Menschen auch. Das macht also nicht in jeder Situation Sinn, alles immer als Wettbewerb, also in alle Situationen so wirklich wettbewerbsorientiert reinzugehen. Das heißt aber, daraus kann ich auch mitnehmen, dass, weil das hatten wir bei der Podcast-Folge zum weiblichen Zyklus, dass es da einfach eine Phase gibt, wo sich die Menschen, also die Frauen, sich eher zurückziehen wollen, ganz natürlich, also mehr in die Innenschau gehen. Das kann man jetzt bei Männern gar nicht so festmachen, weil ich hatte das so in meinem Kopf, so gibt es vielleicht das auch bei Männern und es ist noch gar nicht so erforscht, dass auch je nachdem, wie der Testosteron-Spiegel ist, dass wir einfach auch Phasen haben, vielleicht am Tag, wo wir keine Lust haben auf Gesellschaft, wo wir keine Lust haben, in den Wettbewerb zu gehen, sondern wo wir eher so für uns sein wollen. Also das Gegenteil von einem hohen Testosteron-Spiegel und der damit einhergehenden Wettbewerbsorientierung ist tatsächlich eher so eine Fürsorglichkeit. Also wenn man eine Verhaltensdimension aufmachen will, die von Testosteron reguliert wird, dann ist es die Wettbewerbsorientierung auf der einen Seite versus die Fürsorglichkeit auf der anderen Seite. Und so wirklich dieses ganz empathisch und zuneigungsorientiert auf Menschen zuzugehen, das funktioniert tatsächlich besser unter einem niedrigen Testosteron-Spiegel. Ah, okay. Das heißt, eigentlich wäre es ja total spannend, wenn Sie sagen, Testosteron hat den 24-Stunden-Zyklus, morgens hoch, abends niedrig. Auf der Arbeit dann die Männer sehr wettbewerbsorientiert, abends zu Hause, wenn sie Frau und Kinder haben oder einen männlichen Partner haben oder oder, dass sie da dann eher fürsorglich sind. Wäre ja mal spannend, das dann umzudrehen, was wäre, wenn dann Männer eher abends arbeiten, ob sie dann auch fürsorglicher auf der Arbeit wären. Ja, also dafür sind tatsächlich diese täglichen Schwankungen oder innerhalb des Tages Schwankungen gar nicht mal so stark genug. Und es ist tatsächlich auch so, dass dieser Runtergang gegen Abend eher so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man dann von den Situationen, den sozialen Situationen über den Tag auch so ein bisschen ausgemergelt ist. Also das ist dann vielleicht eher die Erschöpfung am Abend. Wo man das aber sehr deutlich findet, ist über den Verlauf von Beziehungen. Single-Männer haben in der Regel einen höheren Testosteronspiegel und reagieren natürlich auch auf Begegnungen mit potenziellen Partnerinnen, was da ein sehr viel salienteres, sehr viel präsenteres Konzept ist natürlich bei Singles. Reagieren stärker mit einem Testosteronanstieg und auch in der frühen Phase von Beziehungen, wo man also so richtig um die andere Person noch wirbt, frisch verliebt ist und dann auch will, dass man seine beste Seite zeigt und so, da ist der Testosteronspiegel auch hoch. Übrigens dann auch der sexuelle Interesse ist dann auch am höchsten und die sexuelle Aktivität. Über Beziehungen hinweg, nach so einer Zeit, sinkt der Testosteronspiegel dann ab und Männer in Beziehungen haben tatsächlich einen niedrigeren Testosteronspiegel als Singles. Und das sinkt dann nochmal mit der Elternschaft, wenn man Kinder kriegt, dann sinkt bei Männern in der Testosteronspiegel nochmal. Und das ist natürlich die Lebensphase, wo es dann am ehesten um Fürsorglichkeit geht und wo man am ehesten nicht drauf reagiert, wenn andere Personen jetzt potenzielle Partnerinnen wären oder so, weil man dann halt meistens sehr fokussiert ist, erstmal auf die eigene Partnerin und das eigene Kind oder die eigenen Kinder. Und da merkt man also sehr, dass diese Regulation von Wettbewerbsorientierung zu Fürsorgeorientierung sehr schön damit einhergeht. Okay, Herr Penke, wir haben viele Themen angesprochen, finde ich. Wir sind wild hin und her gegangen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch bei uns sind. Ich versuche jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung und bitte korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie, falls wir es jetzt nicht auf den Punkt bringen sollen. Ich möchte nur Sie anstoßen, dass wir einmal so eine kurze Zusammenfassung haben, dass wir das einmal festhalten können. Was ich bei den Frauen gelernt hatte und das haben Sie ja auch so ein bisschen bestätigt, ist, dass dort die Hormone nicht von außen beeinflusst werden können, sondern es eigentlich ein Zyklus ist, der im Körper stattfindet. Der führt aber dazu, dass in gewissen Phasen sich das Verhalten der Frauen sich schon verändert. Stichwort, sich mal vielleicht zurückzuziehen oder oder. Wir Männer jetzt durch Testosteron ist das eher nicht so. Also ich habe jetzt so das Fazit für mich so geschlossen, dass jetzt Testosteron nicht einfach als Ausrede zählen kann oder als Argument und nach dem Motto, du bist nur so aggressiv und du bist nur so stark und sexual, weil du Testosteron, sondern ich hatte eher jetzt so den Eindruck, dass auch viel durch die Bewertung erst dann dazu kommt. Also wie würden Sie das jetzt machen? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, Sie wollten keine Verallgemeinerungen machen und sagen, okay, Testosteron ist dafür da, das beeinflusst, sondern es kann beeinflussen. Aber es ist nicht so nach dem Motto, das Hormon ist dafür da, dass die Menschen sich so verhalten. Hormone generell bringen uns in einen gewissen Modus und in diesem Modus liegen uns gewisse Verhaltenstendenzen näher als andere. Das ist eigentlich so die richtige Beschreibung. Ich finde das eigentlich sehr naheliegend, wenn man das mit Emotionen vergleicht. Also in Wirklichkeit bringt ein hoher Testosteronspiegel uns in so etwas Ähnliches wie einen anderen emotionalen Zustand als ein niedriger Testosteronspiegel. Und das verleitet dann natürlich zu gewissen Verhaltensmustern, aber muss nicht, weil, wie sie ja gesagt hat, jeder reagiert ja auch anders, wenn er wütend ist. Die einen wollen es unterdrücken und wollen es nicht rauslassen. Andere Menschen, wenn sie wütend sind, lassen es komplett raus. Und so ähnlich können wir es dann mit Testosteron oder mit unseren Hormonen sehen. Richtig. Genauso wie ich lernen kann, nicht jedes Verhalten als Beleidigung zu sehen, mit dem ich dann gleich mit Wut reagieren muss, kann ich auch lernen, Situationen mehr oder weniger als Wettbewerbssituationen zu konstruieren zum Beispiel oder Situationen mehr oder weniger als Paarungssituationen zu konstruieren und reagiere dann dementsprechend stark mit dem Testosteronanstieg. Aber ich mag jetzt Ihr Beispiel mit den Emotionen. Das fand ich jetzt nochmal zum Abschluss sehr vereinfachtes dargestellt. Jetzt sieht man aktuell, wenn man sich in der Psychologie bewegt, da gibt es jetzt momentan ja die Tendenz, dass wir uns eher mit Gefühlen allgemein positiver beschäftigen sollen und Wut und Neid nicht mal so als negative Gefühle sehen, sondern eher die auch positiv bewerten. Was macht das eigentlich mit uns? Glauben Sie, dass wir auch eher dann mit Hormonen auch mal positiver umgehen sollten, jetzt speziell auch Testosteron? Also würden Sie da auch so einen Vergleich ziehen wollen? Also zumindest in dem Sinne, dass das alles adaptive Mechanismen sind. Das sind Mechanismen, die haben eine Funktion und die ist in der Evolution entstanden und die teilen wir mit ganz vielen anderen Spezies, weil sie letztendlich unser Überleben und unsere Fortpflanzung mit beeinflussen. Und das gilt für Emotionen. Angst ist eine unangenehme Emotion, aber sie ist überlebenswichtig. Sie schützt uns davor, offen in Gefahren reinzurennen. Und auch Testosteron ist ein Hormon, was adaptiv auf Situationen reagiert, die unser, insbesondere unser Fortpflanzungserfolg, mit beeinflussen sollten. Nämlich, dass wir halt um Status und Partnerinnen werben und damit unsere Fortpflanzungschancen erhöhen. Das ist die grundlegende Funktion des Hormonstestosteron. Und alles, was damit zusammenhängt, sind halt eben Teilaspekte von diesem Mechanismus. Und so gesehen ist es auf jeden Fall ein Mechanismus, den wir brauchen, der dahin gehört, sonst würden wir uns nicht fortpflanzen. Und insofern ist es halt ein Positiver. Das hat natürlich dann auch die negativen Effekte, dass wir halt dieses Young-Mail-Syndrom haben mit den gewaltbereiten jungen Männern, die nichts zu verlieren haben und Risiken eingehen. Und das hat die Effekte, dass auch Aggressivität und sowas alles damit kommen kann. Aber es gehört halt einfach zum Leben dazu. Das können wir auch nicht verändern, weil das in der Biologie einfach so ist. Oder grundlegend, dass es diesen Mechanismus gibt, können wir nicht verändern. Aber wir haben natürlich einen Einfluss darauf, wie wir Situationen konstruieren. Also wenn wir fest sagen, dass jeder, der in einer Beziehung ist, monogam ist und nichts mehr auf dem Partnermarkt zu suchen hat und das kulturell natürlich dann auch da hart gegensteuern, wie es früher zum Beispiel in der monogamen Ehe viel stärker noch der Fall war als heutzutage und manche Kulturen das auch machen, dann sorgt man damit auch für einen stärkeren, deutlicheren Testosteronabfall bei verheirateten Männern sozusagen. Andersrum obliegt es uns als Kultur natürlich auch, ob wir sagen, Arbeitssituationen sind Wettbewerbssituationen und es geht nur darum, wer da jetzt besser ist als die anderen und mehr Status erlangt und im Zweifelsfall auch auf Kosten von anderen mehr erreicht sozusagen, dann ist das Ganze eine Wettbewerbssituation, wenn wir Arbeitssituationen so konstruieren, dass wir alle zusammen an der gleichen Sache arbeiten und nur zusammen die ganze Sache schaffen können und keiner soll hinten rüberfallen oder sowas. Das sind wir jetzt im Prinzip bei politischen Ansichten auf die ganze Sache, wenn man so will. Aber dann konstruiert man die Situation natürlich anders und das ist natürlich auch, wie wir als Gesellschaft zum Beispiel das Zusammenleben der Geschlechter konstruieren, ob es dann immer klar ist, dass Männer da um Frauen werben müssen und ob wir sowas normalisieren oder ob wir sagen, das sind geschlechtlich ausgeglichene Situationen, das sind kulturelle, gesellschaftliche Entscheidungen und die sorgen dann dafür, wie Individuen darauf reagieren und auch wie sie mit ihren Hormonen darauf reagieren. Jetzt würde mich ja zum Abschluss, wir haben immer eine abschließende Frage, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur es anders machen oftmals im Alltag und das würde mich jetzt total interessieren, Sie jetzt aus der Forschung, aus der Wissenschaft, was würden Sie sich denn wünschen von uns Menschen oder generell, vielleicht kommt es in jedem möglichen Thema, was kommt da so spontan in Ihren Kopf, was sollen wir zukünftig anders machen, wenn Sie so einen Wunsch frei hätten oder jetzt noch zum Abschluss etwas mitgeben wollen, was sollten wir zukünftig mal anders machen? Es ist eine sehr gute und sehr große Frage und als Grundlagenforscher bin ich eigentlich mehr geneigt, einfach das zu verstehen, wie es ist und gar nicht so sehr davon zu träumen, wie ich das Ganze verändern würde. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach akzeptiert, dass es diese Mechanismen und diese Tendenzen gibt, dass es Sinn macht, das auch zu verstehen, was da in unserem Körper abläuft, also genauso wie es wichtig ist, Emotionen zu verstehen und zu verstehen, warum man manchmal ängstlich ist oder manchmal auch so ein bisschen depressiv verstimmt ist, was das mit einem macht. Genauso kann man auch verstehen, was der Menstruationszyklus mit einem macht oder was so diese Testosteroneffekte in bestimmten Situationen mit einem machen und das einfach zu akzeptieren, dass es diese Effekte gibt und halt gerade beim Testosteron eben auch zu wissen, dass es viel damit zu tun hat, wie man selbst Situationen wahrnimmt und wie man Situationen an sich ran lässt und wie man Situationen für sich konstruiert. Also ich glaube, das ist vielleicht das Wesentlichste und ja, das können Menschen für sich, aber auch Gesellschaften entscheiden, wie Dinge dann gesehen werden, wollen werden. Sehr schön, Herr Penke. Wenn Menschen mehr Interesse haben an diesem ganzen Thema, wie gesagt, es gibt hier, Sie haben es ja schon gesagt, es ist ein relativ großes Institut an der Georg-August-Universität in Göttingen. Man kann sich natürlich, wer sich dafür interessiert und nochmal studieren möchte, ist natürlich hier herzlich willkommen. Aber wie gesagt, auch unter Ihrem Namen findet man natürlich im Internet die ein oder andere Veröffentlichung Ihrer Studien. Von daher, wer noch mehr erfahren möchte, der ist auf jeden Fall, glaube ich, am besten aufgehoben. Genau. Super. Dann vielen Dank für die Zeit. Ich danke Ihnen.